Hallo! Oh, da ist ein Messer hier. Das wirst du gleich erfahren. Freunde, was geht? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Das Format geht weiter. Heute mit Chu. Das bin ich, ja. Sagst du, das Format geht weiter und keiner weiß um was geht. Wir stellen heute wieder ein BMX zusammen. Bist du mal BMX gefahren? Ich bin einmal BMX gefahren, ja. War das schön oder war das schön? Es war halt nur im Traum, deswegen war ich es nicht. Ich würde aber gerne mal einen Trick lernen. Ist das schwer? Ist easy, ne? Ist super easy. So einen Bunnyhop oder so, schaffst du bestimmt. Ja, Bunnyhop. Zeig doch mal die Fresse. Wir stellen dir jetzt ein Fahrrad zusammen. Wir fangen einfach mal mit dem Rahmen an. Du machst es einfach mal selber. Ich bin nämlich gespannt, weil bei Jody kam was richtig geiles raus. Oh, man kann dir alles einstellen. Wie viel ist das denn? Aber kriege ich das? Weiter runter. So, Rahmen. Bei Jody kam nämlich eine geile Farbe raus. Und bei Freddy kam auch was geiles raus. Okay. Ich bin gespannt, was dein Geschmack so wäre. Du kannst ja mal ein bisschen durch... Oh, das sieht schon geil aus, ne? Ja, ich würde so nehmen. Okay, so. Was ist denn deine Lieblingsfarbe eigentlich? Ich habe keine mehr mittlerweile. Was ist dein Lieblingsessen? Das hier. Regenbogen. Okay. Das ist cool. Das ist cool. Ne. Was? Ich nehme das. Das ist cool. Die Gabel. Stopp. Bevor du was aus willst. Was denkst du ist die Gabel? Das hier. Weil hier unten... Ach nee, das ist der Lenker. Die Gabel. Was sieht denn aus wie eine Gabel? Das hier. Das Ding hier. Genau. Such dir mal was raus. Aber wir können das echt mal machen. Ich komme mal vorbei und dann gehen wir mal zusammen ins Gesicht. Ja. Und dann machst du einen Backflip. Ja. Machen wir. So. Gabelfarbe. Oh mein Gott. Das ist nicht so. Das passt auch nicht so zum Rahmen. Ne. Ich glaube sogar, diese unteren Farben sind alle neu. Die sind voll geil. Dann nehme ich den neuen. Aber das passt ja nicht zum Rahmen. Das passt auch nicht zu mir. Ne. Oh. Hast du jetzt gerade das Messer gesucht oder was? Ich würde mich umbringen. Ach so. Ey. Warte mal. Warte mal. Aber ich brauche dafür. Warte mal. Was ist denn jetzt mit dem Rahmen? Du hast den Rahmen gerade wieder geändert. Du hast doch gerade das. Ich nehme das. Ich bleibe hier bei Holo. Was ist denn Holo? Das nicht auf jeden Fall. Oh okay. Das ist der Lenker. Ja. Wenn du jetzt jedes Teil in der Farbe machst. Dann. Also muss. Okay. Dann würde ich hier sagen. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Sion ist meine Lieblingsfarbe. Hä? Hä? Ich komme gerade gar nicht hinterher. Weil ich so schnell bin. Ja. Was ist denn vierteilig und. Das wollte ich gerade sagen. Würdest du mit einem zweiteiligen Lenker fahren oder mit einem vierteiligen Lenker? Jetzt frag mich nicht was der Unterschied ist. Das kann ich dir auch nicht sagen. Was ist der Unterschied? Aber ich glaube ein Vierteiliger würde zu dir besser passen. Oder? Warum? Einfach so. Weil du eine schöne Nase hast. Nicht mehr lange. Ja. Vierteilig. Okay. Frontload oder Topload? Da kannst du dir mal entscheiden. Da am Lenker verändert sich's. Ich würde klein machen. Weil hier würde ich mich glaube ich verhaken. Genau. Weißt du wenn du? Ja. Okay. Jetzt hast du ja doch den großen genommen. Ne. Hä? Alles klar. Okay. Turbaufarbe. Finde ich cool. Finde ich cool bis jetzt. Okay. Die Kriffe. Flange. No Flange. Oh das brauche ich. Die sind aber out. Das brauche ich. Was heißt out? Aber habe ich lange nicht mehr gesehen. Die brauche ich auch nicht glaube ich. Mach mal die. So? Ist besser? Ich muss sagen das sieht jetzt schon richtig geil aus für mich. Das ist für Kinder? Nö. Das ist für... Genau. So. Griffefarbe. Wenn ich du wär. Eigentlich immer so schwarz oder... Schwarz. Warum? Weil der Reifen auch schwarz ist. Den kannst du auch gleich noch ändern wie du willst. Aber pass auf wenn du jetzt zum Beispiel einen weißen Griff nimmst. Und dann fällst du hin und dann ist er dreckig. Ist überall voll Blut. Dann musst du in die Waschanlage. Das nehme ich in den Kauf. Ich nehme auch weiß. Okay. Längere Enten. Die sind eigentlich egal. Längere Enten. Das ist da unten am Körper. Die würde ich auch weiß. Oh obwohl. Warte mal. Obwohl ich würde glaube ich hier ein Pordon dazu machen. Oh ja. Das sieht gut aus. Die leuchten gar nicht. Mega gut. Steuersatz. Was für Steuersatz. Das ist dein Steuersatz. Ja. Ich verstehe schon. Das ist da unten am Vorbau. Dieses kleine Ding. Das kann man ja alles einfärben. Ich würde auch definitiv ganz klar in Richtung. Das nehme ich. Immer wenn ich das mit jemandem mache. Dann sagen immer alle. Hä? So viel kann man ändern. Das würde man vorher nicht denken. Ne. So viele Einzelteile. Ich hätte jetzt gerade Fahrrad Blau. Das wäre es. Ah. Ok. Kurbel. Was könnte die Kurbel sein? Du bist schon ein bisschen höher bin da mein Sohn. Kurbel? Du solltest mir sagen und nicht einfach die Farbe wählen. Achso. Die Kurbel. Ok. Kurbel würde ich jetzt mal sagen. Pink. Ne. Lila ist das neue. Schwarz. Aber Rot ist ja auch das neue Grün. Das sieht aber nicht geil aus. Ne. Aber. Es bleibt hängen. Die Leute wissen immer dass der eine Typ mit den roten Kurbeln. Nehm ich. Ok. Aber ich muss sagen. Bis jetzt sieht das irgendwie geil aus diese Farbe. Das stimmt. Bla sieht sehr schön aus. Ja genau. Ich glaube ich. Ich finde auch den Blau passt zu dir. Weil du bist ja auch so ein Mensch der ist gerne am Meer. Einfach random. Warte 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 ich ende nochmal kurz ganz. Was ist das hier für ein Teil. Steuer. Das große ist Vorbau. Ja. Ich mach rot. Ok. Ich geb den ganzen rote Nuance. Ok. Dann weil runter. Steuersatz. Ja. Und Moment Moment. Moment. Was ist das hier nochmal. Die länger enden. Länger enden. Länger enden. Länger enden. Einmal rot. Oh ja. Ok. Jetzt nimm das doch hier schon langsam Farbe an. Tretlager. Das sieht man eh nicht. Das kannst du eigentlich so lassen. Dann würde ich rot nehmen. Ok. Pedale. Was sind die Pedalen? Pedalen. Save das hier auf jeden Fall. Mach die mal kurz. Mach die mal kurz rot. Ne finde ich nicht. Das muss so sein. Was? Ne warte das muss so sein. Oh nimm mal das hellerere. Also das Blau daneben. Oh ne das eher. Doch das passt. Das sieht echt gut. Hässt sich aus bisher auf jeden Fall. Ok. Kennen wir das? Ich seh mittlerweile auch nicht mehr so viele Leute die mit Guard fahren. Ja. Ok. Jetzt wirds interessant. Weil wenn. Wenn du jetzt ne krase. Oh. 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 Das sieht gut aus. Aber rot. Mach mal rot. Ne. Blau. Das ist nicht schlecht. Und doch immer blau. Oder so dunkel. Weil dann. Ist das heller blau war aber ganz geil. Aber das musst du ja entscheiden. Ist ja dein Fahrrad. Ja dann mach ich so. Weil das geht so über. Dann hab ich hier das hellere. Das ist türküse. Das geht dann rüber in dunkelblau. Pedale würde ich glaub ich auch dunkelblau machen. Vorderrad. Oh man kann die. Oh ja. Jetzt pass mal auf. Weil das kann nochmal alles ändern grad. Ok. Da gibt's. Sieht nicht schlecht aus. Mhm. Oh das sieht cool aus. Das find ich cool. Lila. Ja. Lila ist das neue. Grün. Mach mal blau. Ne. Ne. Aber warte mal weiß. Das sieht funky aus. Warte mal kurz weiß. Das wäre dreckig as fuck. Ah das stimmt. Deswegen. Hab ich nicht mitgedacht. Du fährst ja dann auch so oft. Oh. Also da sieht aus wie. Und dann mögt der Reifen direkt achtmal so dick oder? Ja ist halt so. Aber ich seh halt auch aus wie ein Profi damit ne. Ok. Also will ich ja nicht oder? Sonst sagen die Leute ja Teckmann trägt und ich so jo. Das stimmt. Ich find die Reifen machen echt einiges aus. Ich hab auch ne Idee noch. Ich warte. Lila. Du würdest sagen lila. Aber guck mal was ist denn mit sowas. Und dann guck mal stell mir vor. Oh das ist auch so. Jetzt pass mal auf. Was ist mir in der Reifen jetzt? Welche paar war das? Ne was vorne sitzt? Das. Ah. Egal mach du. Nimm doch deinen Lila. Nimm doch deinen Lila. Nimm doch deinen Lila. Okay. Fake vorn. Chrom. Schwarz-chrom. Boah schwarz-chrom sieht edel aus. Okay. Nabel vorne. Schwarz-chrom. Ist ein Nabel gesagt? Ne ist okay. Äh. Steht das nicht da? Nabel. Was hab ich gesagt? Nabel oder? Ich glaub nicht. Speichen vorne. Ja das sieht man jetzt eh nicht so krass. Doch sieht man mega krass. Ey das ist doch mega. Macht mal viel aus. Ja save das hier. Das sieht geil aus. Okay. Äh. Das ist grad erstmal nicht wichtig. Das kannst du kurz überspringen. Ist auch nicht so modern. Ist nicht so der Zeitgeist momentan. Man sieht auch wenig Leute die damit runter. Ja definitiv. Äh. Ist der Reifen hinten. Die Frage ist. Machst du den auch Lila? Also wär ja komisch wenn der. Ne das sieht glaub ich nicht gar aus wenn man das trennt. Aber für Tricks ist doch ganz cool wenn du auf dem hinteren Reifen bist der hintere grün. Ist der hintere Reifen anders. Alles klar. Okay. Felge hinten. Chrome. Wo bist du? Schwarz-Chrom. Boah das sieht so komisch aus. Das sieht cool aus. Aber ist egal. Ist dein. Nochmal Lila? Das ist schon cool aus. Das sieht doch. Das hat was. Das sieht cool aus. Die Nabel. Die Nabel hinten. Weiß ich. Weniger Leute mit Nabel fahren. Das sieht man jetzt auch nicht so. Die meisten fahren ohne. Die meisten fahren ja auch ohne Reifen. Uah. Es gibt das mit Farbe. Das nehm ich. Die Speichen hinten. Die Speichen vorne. Okay. Äh. Hup Guts. Ja hatte ich eben auch Chrom. Okay. Aber jetzt pass mal auf. Willst du Packs haben an deinem Fahrrad? Natürlich. Willst du zwei? Willst du vier? Oder willst du gar keine? Kannst du da entscheiden? Was sind denn Packs? Packs sind ja die. Kannst du cryten und so einen Scheiß. Ah. Vier? Wo kommt der denn? Achso ja. Ah zwei links. Ich bin. Ich mach meistens. Ich fahr zum Beispiel ohne. Weil ich bin nicht so ein Crimer. Ich mach eigentlich recht viel. Slides ist so eher ein bisschen mein Signature-Move eigentlich. Ah okay. Dann würde ich auf jeden Fall vier nehmen. Darkslide, Grindslide. Ähm. Webslider. Webstar. Slide. Grinder. Deswegen würde ich schon auf jeden Fall definitiv. Äh. Ich würde das doch so. Okay. Kannst auch noch die Farbe wählen. Mach ich auch. So das sieht keiner dann. Weil dann kann ich die haben und nicht haben. Aber ich kann grind. Ne. Doch nicht. Ich würde glaube ich lila machen. Ja. Oder oder. Ja. Boah das passt dann. Das passt gut. Ja okay. Pass auf jetzt. Oder rot. Dann habe ich wieder das Proton. Okay ich bin rot. Ne. Ne. Nimm doch das blau wenn du willst. Bleiben sie hinten. Ich würde es auch ohne machen. Mit Motor. Das gönne ich mir die Technik. Mit Motor. Die Technik gönne ich mir auf jeden Fall. Uh. Das ist nochmal ein Detail. Ein Detail. Ja das da. Okay. Ja. Da sagen die Mähnes auch. Hui. Aber warum nur das? Ganz Zäbel hinten. Warte mal. Ah ja. Find ich cool. Hab ich die Griffe weiß gemacht? Ja. Okay. Rotor ist das da. Das sieht man jetzt nicht so krass. Kannst du mal. Ja mach ich auch rot. Ja das sieht gut aus. Rotor Kabel oben. Ja auch mach ich das mal. Ah. Aha. Oh das ändert jetzt natürlich nochmal alles. Rotor Kabel oben. Man hat ja auch gelernt. Rot ist das neue Braun. Findest du die Sandestange jetzt neben die da? Ja. Okay. Bei meinem Fahrrad. Mhm. Ich muss sagen. Sieht. Nicht so scheiße aus. Sieht doch nicht scheiße aus. Ich find's cool. Ich find's gut. Ich find's gut. Jetzt seid ihr wieder gefragt. Ihr müsst mal bitte. Von der Skala von 0 bis 10. Ne. Wir haben Schulnoten gemacht. 1 bis 6. 6 ist das schlechteste. Weil wir sind in Deutschland. Ähm. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich gebe eine. Wird schon so ne. 3 plus. Echt das so schlecht? Ne ne 2. Für mich ist es ne 2. Für mich ist es ne 1 plus. Gute Punkte. Das soll es auch sein. Weil das ist dein Fahrrad. Und. Wie krieg ich das jetzt? Ja ja. Schick ich dir. Egal. Das wär echt cool. Tschüss. 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 Tschüss.